Artistik, Theater, Musik und Humor verspricht der Cirque Buffon, der derzeit in den Reisinger Anlagen in Wiesbaden gastiert. Es erwartet Poesie, Fantasie, es erwartet Theater, Zirkus, Musik und das wunderbar miteinander vermischt. Und dazu erwartet die Leute hier ein kleiner Dorfplatz mitten in der Stadt. Ein wunderbares Ambiente, das zusammenspielt mit dem Innen nach außen und einfach hier einen Platz des Entschleunigens aufzusuchen. Ja, sensationell für mich, also ich habe gar nichts erwartet eigentlich und es ist wirklich fantastisch, kurzweilig, man kann wirklich träumen, ja, ein Erlebnis eigentlich. Verzaubernd, was ich schon ein bisschen unglaublich fand, dass es keine Versicherung gab. Das war extrem, extrem gut. Noch bis 6. Oktober stehen die Zelte des Cirque Buffon in Wiesbaden. Applaus 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 Applaus